Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, B Nockenwellen Profil Steuerkreis Niedrige Bank Erste Was bedeutet das? Dies ist ein allgemeiner Fehlercode für die Diagnose des Antriebsstrangs DTC und gilt normalerweise für OBDI-Fahrzeuge. Zu den betroffenen Fahrzeugen gehören unter anderem Volvo, Chevrolet, Ford, Dodge, Porsche, Ford, Land Rover, Audi, Hyundai, Fiat und so weiter. Obwohl generisch, können die genauen Reparaturschritte je nach Jahr, Marke, Modell und Antriebsstrang variieren. Aufbau, die Nockenwelle ist für die Positionen der Ventile verantwortlich. Es verwendet eine Welle mit in die Konstruktion integrierten Nocken für eine bestimmte Messung abhängig von Motorhersteller und Modell, um bei korrekter mechanischer Zeiteinstellung Ventile mit der optimalen Menge, Geschwindigkeit präzise zu öffnen und zu schließen. Die Kurbelwelle und die Nockenwelle werden mechanisch mit verschiedenen Ausführungen, zum Beispiel Riemen, Kette, verbunden. In der Codebeschreibung wird das Profil der Nockenwelle erwähnt. Worauf Sie sich hier beziehen, ist die Form oder die Rundheit des Lappens. Einige Systeme verwenden diese einstellbaren Lappen, wie ich es nennen werde, um zu bestimmten Zeiten ein effizienteres Lappendesign präzise zu integrieren. Diese sind vorteilhaft, da ein unterschiedliches Nockenwellenprofil bei unterschiedlichen Motordrehzahlen und Lasten den volumetrischen Wirkungsgrad unter anderem in Abhängigkeit von den Anforderungen des Bedieners erhöhen kann. Es ist wichtig zu beachten, dass es sich in den meisten Fällen nicht um einen anderen physischen Lappen handelt. Die Hersteller ahmen einen neuen Lappen nach, indem sie unterschiedliche Strategien anwenden. DH-Umschaltbare, einstellbare Kipphebelkomponenten. Der Buchstabe 1 in der Beschreibung ist in diesem Fall äußerst wertvoll. Die Nockenwelle kann sich nicht nur auf beiden Seiten befinden, sondern es können auch zwei Wellen an jedem Zylinderkopf vorhanden sein. Daher ist es wichtig zu klären, mit welcher Nockenwelle Sie arbeiten, bevor Sie fortfahren. Was die Banken betrifft, wird die Bank 1 die mit dem Zylinder sein. Meistens bezieht sich B auf die Auslass-Nockenwelle und A auf die Einlass-Nockenwelle. Dies hängt alles davon ab, mit welchem Motor Sie arbeiten. Da es unzählige verschiedene Designs gibt, die diese Diagnoseverfahren je nach Ihrem eigenen ändern, Einzelheiten finden Sie im Servicehandbuch des Herstellers. Das ECM-Motorsteuergerät beleuchtet die CEL-Motorleuchte prüfen mit P002B und den zugehörigen Codes. Wenn eine Fehlfunktion im Steuerkreis des Nockenwellenprofils festgestellt wird, P002B wird eingestellt. Wenn im Stromkreis der Bank 1 ein niedriger elektrischer Zustand vorliegt, was ist der Schweregrad dieses DTC? Der Schweregrad ist auf Mittel eingestellt. Dies ist jedoch ein allgemeiner Leitfaden. Abhängig von Ihren speziellen Symptomen und Fehlern variiert der Schweregrad erheblich. Im Allgemeinen empfehle ich jedoch, das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Wenn Hydraulikprobleme auftreten oder Probleme mit internen Motorsystemen auftreten, nicht wirklich ein Bereich des Fahrzeugs, den Sie vernachlässigen möchten, lassen Sie es daher von einem Fachmann diagnostizieren und reparieren. Wenn Sie müssen, was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P002B-Fehlercodes können gehören. Geringer Strom Schlechtes Fahrverhalten Reduzierter Kraftstoffverbrauch Abnormale Gasannahme Allgemeine Effizienzminderung Veränderte Leistungsbänder Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Ursachen für diesen P002B-Code können sein. Fehlende Ölwartung Falsches Öl Kontaminiertes Öl Ölmagnet Defekt Ventil Stecken geblieben Kaputter Draht Kurzschluss Intern oder mechanisch ECM-Problem Motorsteuergerät Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P002B? Grundlegender Schritt 1 Als erstes müssen Sie hier die allgemeine Unversehrtheit des Öls überprüfen, dass Ihr Motor derzeit verwendet, wenn der Füllstand in Ordnung ist. Überprüfen Sie die Sauberkeit des Öls, bei schwarzer oder dunkler Farbe Öl und Filter ersetzen, behalten Sie außerdem immer Ihren Ölplan im Auge, dies ist in diesem Fall äußerst wichtig, da das Öl langsam kontaminiert werden kann, wenn Ihr Öl nicht ordnungsgemäß gewartet wird. Dies ist ein Problem, da sich angesammeltes Öl oder Schmutz zu Fehlfunktionen in den Hydrauliksystemen des Motors DH dem Nockenwellenprofilsteuersystem führen kann. Schlamm ist eine weitere Folge mangelnder Ölwartung und kann auch zu Fehlfunktionen in verschiedenen Motorsystemen führen. Alles in allem finden Sie in Ihrem Servicehandbuch Zeitpläne und vergleichen Sie diese mit Ihren Serviceaufzeichnungen. Sehr wichtig, Hinweis, verwenden Sie immer die vom Hersteller empfohlene Ölviskosität, zu dickes oder zu dünnes Öl kann und wird später Probleme verursachen, überzeugen Sie sich also, bevor Sie Öl kaufen. Grundlegender Schritt 2 Suchen Sie den Kabelbaum, die Drähte und die Steckverbinder, die im Steuerkreis des Nockenwellenprofils verwendet werden. Sie müssen einen Schaltplan finden, um die Kabelidentifizierung zu erleichtern. Diagramme finden Sie im spezifischen Servicehandbuch Ihres Fahrzeugs. Überprüfen Sie alle Kabel und Kabelbäume auf Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß. Die Anschlüsse sollten auch am Stecker überprüft werden. Es ist üblich, dass sich Steckverbinder aufgrund gebrochener Laschen lösen, besonders diese Steckverbinder, da sie konstanten Motorvibrationen ausgesetzt sind. Hinweis, es ist eine gute Idee, einen elektrischen Kontaktreiniger an den Stiften und Anschlüssen zu verwenden, damit das Anschließen und Entfernen von Anschlüssen während der Arbeit und auch für die Zukunft zum Kinderspiel wird.